Steelman 2018 Wir sind so drauf Und gleich geht's los Hi! Ach jetzt! Viel Spaß, bitte! Ja! Ja! Wenn es nicht kalt wird Wir sind so großartig Halt auf ein Zehn! Zehn! Drei! Drei! Sieben! Sechs! Drei! 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 Im Boxen! This is my last resort So vergleich Moment mal Ja! Acht grad! Ich glaub ich hab zu viel an Drei! 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 Ein! Von Kohl! Immer wieder gerne die Matschkugle Richtig schön schwarz Klar ist das gut Das läuft! Wow! Das läuft! Super! Macht total viel Spaß! Gut! Wir konnten die Raken tragen! So! Ja! Natürlich die! Mach die Gurze erstmal zu hier! Mach die Gurze erstmal zu hier! Mach die Gurze erstmal zu hier! Ja! Das sieht gut aus! Ja! Wunderbar! Klasse! Danke für Sie, Herrte, Sir! Ja! Steelman! Ja! Ja! Na klar, get your grip Jetzt kommt die Reife Kein Ausrutschen Steelman, der fast keine Kleidung braucht Super Respekt Super 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 Ein Traum, ich sag's ja. Jetzt geht's mir gut. Roland, geradeaus? Na gut. Das ist neu, das kennen wir noch nicht. Aber es wird ja gar nicht so kompliziert. Ich würde sagen, geht jetzt langsam zum Ziel. So, der Steelman ist vorbei. Da ist ja eigentlich noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, da habe ich noch was vor hier in Langenhagen. So, Steelman ist Geschichte. Aber ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Nachmittag, 15 Uhr, Langenhagen, Silbersee. Und rein! Jetzt kommt es 까 BURKA. Entsicht Das ist���g! Jetzt kann der erste Advent gefeuert werden. Das reicht schon.